Ja gut, mein Name ist Roland Garber. Ich bin seit etwa fünf Jahren hier bei der Firma Stetter in Memmingen und habe dort die Verantwortung als technischer Leiter für alle Themen Produktion, Entwicklung, Kundendienst und seit etwa zwei Jahren auch eben die Betriebsleitung übernommen. Und in der Funktion haben wir uns eben dann auch für diese LED-Beleuchtung, für dieses neue Projekt entschieden. Die alte Beleuchtung hat sehr viel Energie, sprich Strom, gefressen. Und durch das, was man uns damals prognostiziert hat, waren die Einsparungen wirklich immens. Neben dem, dass man natürlich immer gern umrechnet in CO2-Esparnis. Das ist, denke ich, der deutsche Energiemix, der da als Basis hergenommen wird. Und wir natürlich als Firma auch immer bestrebt sind, diese CO2-Emissionen für die Zukunft zu vermeiden. Nicht nur bei uns in den Werkshallen, sondern auch bei unseren Produkten. Und die Firma Wintermeyer ist in Ulm für uns natürlich auch ein Nachbar. Und deswegen haben wir die zur Kontaktaufnahme eingeladen und waren dann sehr überrascht, wie umfassend, wie professionell und von Beginn an, wie konzeptionell da gearbeitet wurde. Und um es vorwegzunehmen, deutlich besser als das, was in Herne bekannt war. Ja, wir haben auch Wettbewerbsvergleiche gemacht. Wir haben auch Angebote und technische Daten verglichen und haben festgestellt, dass die Firma Wintermeyer durchaus, ich sage jetzt mal, das beste Licht-Preis-Leistungsverhältnis geboten hat. Also beeindruckt hat mich, dass die Firma mit kompetenten Ingenieuren gekommen ist und erst mal die Lichtsituation hier im Haus analysiert hat an den verschiedenen Hallen, hat uns dann ein Konzept vorgestellt für jeden einzelnen Bereich und hat uns auch für jeden einzelnen Bereich ganz klar die Berechnungsgrundlagen offengelegt und letztlich auch das Ergebnis mit einer Einspargarantie, mit einer Preisgarantie versehen und hat dann, das kann ich jetzt natürlich im Nachhinein sagen, dann auch die Nachweismessungen geführt und hat letztlich eben sogar ein besseres Ergebnis erzielt von der Lichtintensität als ursprünglich versprochen. Und auch bei den Einsparungen kann man natürlich erst hinterher verifizieren, ob es gepasst hat. In dem Fall hat es gepasst, aber wie gesagt, kompetente Beratung von Anfang bis Ende. Ich wusste immer, wo wir stehen. Ich wusste auch immer, wen ich ansprechen kann, wenn irgendetwas nicht in Ordnung war. Und ich sage mal, auch die Durchführung des Projekts, der Aufbau der ganzen Beleuchtungstechnik wurde ja, glaube ich, auch mit einer externen Firma zur Unterstützung durchgeführt. Die war wirklich sehr angenehm. Sie hat immer erst am späten Nachmittag begonnen, hat übers Wochenende gearbeitet, hat die Nächte genutzt, sodass wir so gut wie keinerlei Unterbrechung in der Fertigung hatten. War uns von Anfang an so gesagt worden. Im Nachhinein muss ich einfach bestätigen, es hat gepasst. War uns von Anfang an so gesagt worden. War uns von Anfang an so begeistert.